Was ist die Einfachheit der Methoden? Die Einfachheit der Methoden. Also das ist was, was mich wirklich fasziniert. Ich bin die Heike Göbel. Angefangen hat das Ganze mit Coaching und dass ich mich damit beschäftige, dass ich vor anderthalb Jahren NLP kennengelernt habe bei einem Seminar und da so begeistert von war, weil ich einfach festgestellt habe, wie viel da bei mir selbst passiert ist, dass ich an Dinge rangekommen bin, bei mir selbst auflösen konnte, wo ich gedacht habe, mein Gott, das funktioniert nie und auf einmal hat es funktioniert. Dann war ich total begeistert und weil ich drei Kinder habe, habe ich natürlich dann auch gedacht, hm, vielleicht gibt es noch was. Weil ich war bei einem Kursen, wo NLP eher für Erwachsene war. Vielleicht gibt es da noch etwas, wo man mit Kindern mehr machen kann. Meine Kinder sind zwar inzwischen erwachsen, aber ich habe gedacht, wenn ich das jetzt für meine nicht mehr machen kann, dann kann ich das ja vielleicht anderen Eltern zeigen, wie die so ein paar Klippen leichter umschicken können, die halt automatisch, wenn man Kinder hat, einfach auftauchen. und ja, ich denke, dass ich mit dem IPE jetzt eine Variante gefunden habe, wo das wirklich geht. Die sind mit viel Spaß rübergebracht worden, die machen viel Spaß im Umsetzen. Das ist halt das, was mich, ja, einfach begeistert auch, weil das ist ja das, was in vielen Seminaren anders ist. Da steht da vorne jemand, der einem irgendwas erzählt. Man schreibt mit ohne Ende, hat dann Angst, dass man die Hälfte nicht kapiert hat, hat aber überhaupt keine Ahnung, wie er dann ins Tun kommen soll. Und das ist halt hier mit dem Üben wunderschön. Daniel für mich einfach ein Seminalleiter ist, der immer sprüht vor Energie, einen unglaublichen Humor hat, der sehr plastisch mit seinem ganzen Körper, seiner ganzen Mimik einfach präsent ist und spielt und macht. Und es ist nicht möglich, ihn nicht zu mögen. In manchen Seminaren ist das ja so, wenn da vorne jemand ist, irgendwann wird man dann so ein bisschen müde und dann fallen die Augen zu. Und ich muss sagen, das passiert nicht, weil es einfach Spaß macht, ihm zuzuhören, Spaß macht, ihm zuzuschauen. Bis zum nächsten Mal.